So Leute, der, ähm, wievielte Part ist es jetzt? Der, achte, glaube ich? Also ungefähr. Unseres Skavon-Solos. Ich hoffe mal, wir fordern diesen Typen jetzt hier. Genau so. Jetzt werden wir ihn noch gnadenlos besiehen. Wonotake, bam! Und nochmal. Wonotake, bam! Ja. Ja. 공. Und dort waren ISA. Ja. Ja. Das ist stärker als Horn, aber Horn muss bleiben, Horn muss bleiben, Horn ist fucking hat seinen Namen gar keinen Sinn mehr, weil er zurzeit auch kein viel ändern kann, wenn er viel ändern kann, dann können wir Horn wegmachen. So, dann, Hornataki, bam, und weg mit dir, der schickt da seinen Sander in den Kampf, nochmal Hornataki und weg, vielmei Horn. Bäh! Mirabla! Hornataki! und noch mal viel mal hoh vielmehr jes was dann auch von dieser sind doch bekam Ah, du bist ein Pipi, ah du bist ein Pipi, ah du bist ein Pipi, ah du bist nicht mein Pipi, weil mein Pipi ist Pimmelpuffer und ist mit Lowerland Pixie. What the fuck? Klasse Kumpel, yeah. Wir hatten das Bootsticket für die MSM. Jetzt müsst ihr doch hier los. Yeah. Jetzt kriegen wir die... Die Pokédex-Daten für diese ganzen Pokémon. Für alle evolierende Positionen, wenn ich das jetzt richtig gesehen hab. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ich glaube schon. Ja. So. So, und dann können wir jetzt nach Orania City. Ja, und Norania City müssen wir noch mal gegen Pammyo kämpfen. Und dann kommt auch schon das, was ich nicht so ganz gerne mag. Und zwar die Pokémon. Ähm, nicht die Pokémon-Lieger, sondern die... Und dann kommt auch die Pokémon mit dem Chapin bei mir aus, wenn ich das bin. Und dann können wir das einfach nicht müde. Und dann können wir die Pokémon-Lieger und das ist noch ein Boom hier in die E-Data-NarELL-Lieger. Und es ist noch das ein Bon-Lieger im Vergleich. Und dann nochmal die Pokémon-Lieger. Und der schickt sein Traumato, Ą-Fier-Mä-Hawrl. So, das war's auch von seinem Traumato. Wir haben seinen Traumato traumatisiert. Yeah, und er gibt uns eine Bodenattacke, was wir natürlich auch brauchen. Damit wir diese lästigen Gift-Pokémon von Pandion besiegen können. Oh, jetzt hab ich gespoilert, dass ich ein Gift-Pokémon bekomme. Naja. 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 Segen, bisschen spoilern kann man schon. Oh, jetzt bin ich fast da runtergesprungen. Hui, 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 hui. Huiiii. Wir sind doch nicht. Nein. Schau. So. Gut, dann wären wir auch schon durch dieses Ding hier durchgekommen. Ach ja, ich brauch nicht ins Pokémon Center. Ich brauch sowas nicht. Ich bin viel zu gut für sowas. Ich brauch keine Pokémon heilen oder so. So, Hornazocke. Bam. Oh, ich bin voll im Haus. Und ich bin so long. Fier mal ein Haul. Oh, fuck. Ich brauche für die Pokémon-Liga übel viele Ätho-Rei-Imago-Bären. Scheiße. Wie soll ich das schaffen? Und Tordatocke. Was gibt es in der Pokémon-Liga? Also zuerst mal Lorelei. Da wird eventuell eine große Amarok gespielt, glaube ich. Oh, hat doch was soll ich überhaupt gespielt? Hm, naja, ich glaube, man muss er leisten so lange, oder? Son-Lamus. Lamus. Lamus ist ziemlich, ist defensiv ziemlich stark. Es kann unsere Angriffe ganz gut wegstecken. Lamus. 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 L census usher. Da haben wir dann Schaufler oder bis da ein Erdbeben. Nur gegen Gengar brauchen wir als Anwes. Da haben wir dann vielleicht schon viel Ende. Dann können wir die Dame besiegen. Und dann kommt der Kampf, vor dem ich am meisten Schiss habe. Gegen Siegfried. Siegfried hat nur Flick-Pokémon. Das ist so brutal. Wenn ich Flick-Pokémon habe, halt mal krass. Viel vor Schaden. Das ist ungewöhnlich. So, die noch und dann sind wir auch schon in Orania City angekommen. Die Überlebensrate bei Pokémon ist im Durchschnitt 1,2 Runden oder so. Die Überlebensrate bei Pokémon. So, wo bin ich jetzt hin? Da glaube ich wohl. Ja. Genau, ich will nur mich mal... Ich habe mir einen Habitag gefunden, weil ich einen Hochend habe. Es kann fliegen, Zerschneider und keine Ahnung. Ich glaube, sonst kann es auch gar nichts mehr dafür, dass ich es gebrauchen könnte. Pole and yeah. Zum Leben, Lauchstange. Und die Vollzäuferquote im Porenta sie trägt. Ach ja, ich hole mir glaube ich erst gar nicht das Fahrrad ab, weil... Na, ich will nicht wissen, wie das aussieht. Ich bin da überhaupt nicht bereit. Also entweder, wenn ich auf dem Fahrrad fahre, sieht es genauso aus. Ohne, da fährt er nicht mehr, Junge. Ach, was soll's? Bla bla bla, ja. Also, ich hatte 100 Pokémon. Dann sind am nächsten Tag drei gestorben, dann hatte ich bloß noch 95. Dann hältst du die Saat-Kop-Marsiebe. Damit kannst du ja in einem Rad für Rad wohnen und Ibiza kann nicht fliegen oder was weiß der Geheeres. So. So, Leute, das war's dann. Wir sehen uns im nächsten Part. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.